Ja, ich denke, jeder kennt das Problem, kaum hat man das Wasser an einem Wasserhahn aufgedreht, spritzt das Wasser nach allen Seiten, statt in einem Strahl nach unten zu fließen. Das Problem ist, der Luftsprudler ist verkalkt oder verunreinigt. Mit dem Dampfsauger und der Punktstrahldüse können Sie das Problem relativ einfach und schnell lösen. Innerhalb einer Minute ist der Luftsprudler wieder sauber und einsatzbereit, ohne abgenommen werden zu müssen. Der Dampf und der Druck sorgen dafür, dass die Schmutzpartikel und Kalkteilchen sauber ausgespült werden. Der Wasserstrahl fließt danach wieder sauber nach unten.